Natürlich zerbricht der Kerl mich. Alter Vater. Ach ja, Raumschiff auch noch, genau. Ah, da hinten ist sowas. Ich weiß, ich sollte das Ding beschützen. Aber ich glaube, die Kerle gehen eh nur auf mich los. Ach, das ist wieder nicht an der Wand. Die! Du behinderter Mörderbot. Die! Jetzt geht's euch an den Kragen. Oder auch nicht. Tut halt wenigstens so, als ob ihr sterben wollt. Ja, so. Oje. Oh nein. Nein. Ich bin nicht tot, oder? Noch nicht. Aber gleich. Jetzt habe ich glaube ich ein Problem. Ich glaube, ich habe ein fucking Problem, Leute. Oh oh. Hoffentlich greifen die das Ding da unten jetzt nicht an. Ich rette dich. Indem ich mein Feuer komplett woanders hinschieße, als wo ich wollte. Oh. Was soll das? Das machen wir aber nicht nochmal hier, mein Freundchen. Und ich bin wieder weg mal. Auf Wiedersehen. Oh fuck. Oh fuck. Oh weg. Die werden noch zu einem echten Problem, diese Aliens. Hoffentlich zählt es als beschützt, was ich da mache. Zack. Time to kill us some aliens. Oh God. I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Bless you Sid, you vicious little rascal. Bloody hell. His day just gets worse and worse. Ist der jetzt? Ach nö. Ich dachte, der sitzt auf meiner Seite. Hey, Wächter. Hier bin ich. Töte mich. Was macht denn der? Hier, Mr. Wächter. Brenn. Habe ich ihn getroffen? Ne, ne? Wow. What the fuck. Hör auf, Sachen zu schmeißen. Ich schmeiß auch nur maximal Feuerbälle. Kann ich dem so überhaupt Schaden? Feuer, Feuerball, Feuerball. Werfen den Feuerball. Wirkst mal auf die Shotgun. Komm her, Mr. Wächter. Oder Moment, war das die, die ich vereisen muss? Jetzt muss ich erst mal bei der Gesundheit vereisen. Weil sonst müssen wir gleich wieder alles und vorn machen. Du kriegst mich nicht. Oh fuck, der kriegt mich. Oder nicht? Wer steckt da unten in der Leiter? Fest. Wow. Hallo? Freund? Friendly? Habe ich ihn jetzt? Ne, habe ich ihn nicht getroffen. Komm, irgendwie muss ich doch hier jetzt mal vorankommen. HP Regeneration, wo bleibst du? Bitte. Nur ein bisschen. Oh scheiße. Oh scheiße. Jetzt gibt er mir richtig. Ich muss es probieren. Ich muss zum Angriff wechseln. Schön, wie du allem ausweichst. Ich weiche deinen Autos auch aus. So, was sagst du jetzt? Oh. Oh oh. Ich glaube, so nehme ich ihm aber irgendwie nichts ab. Nein, Mama. Hoffentlich darf ich wieder gleich beim Wächter anfangen. Jawohl. Also vereisen und angreifen. Was war das jetzt? Wo ging jetzt meine Power hin? Höp. Triffst du mich nicht? Jetzt. Nein. Warum weicht der Bastard immer aus? Kann doch nicht wahr sein. Bist du ein Alien oder woher hast du diese Alien-Skills? Höp. Jawohl. Okay. Kleinen Grundschaden haben wir geschafft. Das ist jetzt aber erst der Anfang. Und wieder einmal Eis verschwindet. Super. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Dass der mir nicht immer weghüpft. So. Ja. Die, Mr. Alien. Habe ich ihn erwischt? Ja. Nein. Also halten wir aber fest zu, kann ich ihm keinen Schaden machen. Ich muss ihn vereisen oder verbrennen. Ja. Oder er bringt mich gleich wieder um. Höp. Höp. Ich glaube der erste war irgendwie leichter. Irgendwie hatte ich das leichter in Erinnerung. Triffst mich nicht. Trifst mich hoffentlich nicht. Oh. Hätte es mich getroffen. Mache irgendwas. Hälfte hat er schon. Schieß deine. Nein. Jetzt nicht mehr Eisschießen. Aber jetzt. Verdammt. Da liegt Gesundheit. Ja. Ja. Ein beruhigendes Gefühl. Zeit, dass du mal runterkommst, Freund. Oder muss ich etwa rauf zu dir? Und wieder ein Eis verschwindet. Schön. So macht man das. Aber jetzt. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss warten, bis er beschäftigt ist. So. Beschäftige dich. So zum Beispiel. Yeah. Nicht im Ernst. Nicht im fucking Ernst. Oh. Alter. Ein Kampf über Stunden, weil der Tudu nicht mehr weiß, wie er ihn besiegen soll. Hallo. 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 Hallo, mein Freund. Darf ich dich vereisen? Guck mal. Ich bin gar nicht da. Ja. Ja. Jetzt geht's dir an den Kragen. Lieben. All right. Du denkst, du kannst mir mit deinem Laser Spaß was ausrichten. Ah. Verdammte Laser Alien Scheißwaffe. Gibt's doch nicht. Ich will meine M4 wieder. Ich hab sie für teuer Geld gekauft. Ah. Viel Geld. 20.000 Mark Dollar hab ich dafür investiert. Ja. Und jetzt darf ich sie nicht benutzen. Ah. Ja. Lad nach. Ja. Ich hab ihn auch getroffen. Wir sind aber kurz davor zu gewinnen. Ich spür's. Da, 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 da. Fast. Jetzt. Gibt's doch nicht. Komm schon. Ah. Da erwischt er mich. Schieß, Mann. Schieß. Der hat noch kein Schild. Alter. Ich fühl mich so verarscht. Das kann doch nicht fucking wahr sein, Mann. Der längste Kampf aller Zeiten. Ja. Endlich. Gott sei Dank. Quicktime. Ah. Und wir haben's geschafft. Und wir haben's geschafft. Voll Assi, Tony. Hat's geschafft. Assi, Tony. Ist der Best. Wow. Das ist... Mein Schild fühlt sich, wie es auf Feuer ist. Telekinese freigeschaltet. Welcome to being able to move things with your mind. What the fuck. Ich mag Telekinese. Das klingt lustig. Tschüss, Hot Dog, Mann. Okay, das ist geil. Das gefällt mir. Ich lieb's jetzt schon. Ja, es hat mehr Clusters in. Pick es mit deiner Meinung und smash es öffnen. Ah. So geht das also. Okay, now use that power to throw things at the warden and take down the shield. Ah, super. Ich kann den also auch bewerfen, um sein Schild kaputt zu machen. Oh. Hier, Dicker. Hier. Nimm mein Auto. Flaschen, Mann. Kann man den irgendwie aufladen? Also, dass ich die Sachen stärker zurückschmeiß? Nee. What the fuck. Die, Mr. Wächter. Die. Okay, da gibt er wieder ordentliche Watschen. Und jetzt bräuchte ich noch was, um mit dem Schaden zu machen. Ich brauch mehr Fahrzeuge hier. Oder auch nicht. Okay, Telekinese gefällt mir. Oh, Telekinese. Ich bin ein Kinese im Fernseher. Ich bin ein Kinese im Fernseher. Das ist ein Telekinese. Nicht lustig, Entschuldigung. Wir haben die Mikrowelle freigeschalten. Benutze sie nicht, um deine Kleintiere zu trocknen. All right. Jawohl. 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 Yay. Wir haben was geschafft. Wir haben was erreicht. Warum liegt der Klopapier? Klopapier ist cool. Hopp. Hopp. All right. Dann hätte ich jetzt eigentlich noch ganz gern meine M4 wieder. Wenn mir das Spiel mich schon zwingt, eine Alienwaffe zu nehmen. Oh, ja. Motorrad. Bleib stehen. Juhu. Weg da. Meine Frau ist schwanger. Vielleicht. Lassen Sie mich durch. Ich glaube, ich bin zu Fuß schneller. Superman macht immer, was ein Superman macht. Denn er ist Superman. Er ist voll super drauf. Super duper. No, no, no. Kleiner Pupa. Einfach straight. Straight zum Ziel. Hopp. Mal. Kopf angehauen. Oh, nein. Alles super. Kleiner Pupa. Puscha. Tagusch. Ein paar NSA-Daten noch mitnehmen für unterwegs. Warum nicht? Und da sind wir doch schon. Können wir die Karre hacken? Die Karre. Die. Die. Die Kiste. Na klar. Du, du. Voll der Hecke. Zack. 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 Easy going. Easy going. Easy going. Waffen kaufen. Da bist du doch. Muss ich dafür vielleicht gar nicht in den Laden? Um die wieder zu wechseln? Ich weiß wirklich nicht, aber ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt hier mal. has nechem. Wechseln.